Nein, das hat nichts gebracht. Okay. Ich fürchte, das nützt nichts. Die Frage ist... Wo bekomme ich die Missile her? Ich wüsste es jetzt nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich... Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich nach oben mit dem Fahrstuhl. Ja, komm, Fahrstuhl. Komm mal, bitte. Perfekt. So. Wieso ist diese... X und die... Ich meine, in... Playstation-Variante wäre das die... Boah, was ist das für eine Taste? Ich weiß noch nicht mal, was das für eine Taste ist. Oh, das ist vielleicht schlecht fürs Floor Basement. Ich bin im falschen Basement gelandet. Soll ich vielleicht ins First Floor gehen. Und... Ups. Daran habe ich jetzt nicht geachtet. So, aber es wird vielleicht gut, wenn ich etwas Leben bekomme. Ah, Kreis ist das. Gut. Zu wissen, dass es Kreis ist. Ähm. Wieso haben die so verpixelte Leute hier drauf gemacht? Ah, Level 6. Oh. Der kommt raus. Ja. Was machen wir jetzt? Darf ich... Ah. Geh mir mal eine kleine Pistole. Äh. Vielleicht... Keine so gute Idee. Aber hallo. Steh auf. Boah, du bist so inkompetent, ne? Geh mir mal eine kleine Pistole. Geh mir mal eine kleine Pistole. Okay. Ach, Manuel. Ich bin so scheiße da drin. Äh. Ja, gut. Versuchen wir das Ganze doch einfach noch einmal. Hier kamen wir nicht dran. Da hinten war Leben. Den erstmal... Töten. Leben. Super. Leben. Noch besser. Können wir uns ja eins schon mal einwerfen. So. Dein Level 3 Access Card. Und weiter geht's. Speichern. So. Ähm. Ja. Hier ist der Aufzug. Wow. Das war vielleicht, äh... Nicht ganz so gut. Aha. Immerhin. Gut. Hier kann ich nicht vorbei. Hier kann ich nicht rein. Skumbulletan. Skumbulletan. Das hab ich mal alles gemacht. Stun Grenades. Ja. Stun Grenades. Wieso nicht, ne? Nikita-Mischel. Vier Stück. Super. Ich würde sagen... Hier mit habe ich meine, äh... Schönen... Eingesammelt. Eingesammelt. Und kann jetzt wieder... Ins... Erdgeschoss... Äh. Second Floor Basement ist, äh... Zweites Untergeschoss, glaube ich. Boah. Das legt mich auf. Kann man die nicht irgendwie vertauschen? Na ja. So. Jetzt einmal hier rein. So, wo habe ich die bekommen? Da. Nikita. Da ist es. Press Fire. Use Directional Button. Control after firing. Schön. So. Press... Okay. Nochmal. Nochmal. Ha. Treffer. So. Einmal kurz... Ein... Einmal kurz... Aufladen. Speichern. Hä? Aber wieso denn? Wieso denn jetzt? Super. Den habe ich auch schon mal gemacht. So. Einmal kurz auffüllen. Und jetzt das Ganze nochmal. So. 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 Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Wuhu. Okay. Kicks hier. Hallo? Muss ich da vielleicht erstmal... Tja, so. Jetzt müssen wir das Ganze noch mal machen. Ach, zu weit. Okay, hier geht's auch nicht. Hm. Nein, das war scheinbar der falsche. Ich muss noch weiter durch. Gleich. Okay. Gut, da war er. Super, ich habe aber keine Raketen mehr. Das bedeutet, ich muss wieder zurück. Das kann doch nur scheiße werden. Super. Einmal hier durch. Was? Wieso sind hier wieder Leute? Oh, Mann. Genial. Ja, wenn man so scheiße ist. Warte mal. Einmal speichern. Dann kann ich mal gucken, ob ich hier einfach... Nein, kann ich natürlich nicht. Ich brauche meine Scum. Oh, wieso habe ich jetzt auf die falsche Taste gedrückt. Ah, super. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. So. Und jetzt raus hier. Ich möchte nicht noch mehr Life verlieren. So, hier rein. Basement. Speichern. Und weiter geht's. So. Versuchen wir das Ganze also nochmal. Und zwar... Stopp. Ich meine Nikita. Nikita Grenade. Das ist ja auch schon ein schöner Name. Zack. Hier durch. Hier durch. Weiter, weiter, weiter. Nö. Hallo? Wo ist denn jetzt das Ganze? Ja. Wo sind denn jetzt alle? Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht sein. Wo kriege ich diesen... Wo bin ich jetzt überhaupt? Ja, okay. Ich bin an der richtigen Stelle. Aber wo... Kriege ich diesen Scheißdings her? Okay. Ich... Äh... Habe gerade mal wieder nachgeguckt. Wie es weitergeht. Und, äh... Ich weiß jetzt, dass der Hoch... Dass es einen Hochspannungskasten gibt. Allerdings ist der etwas weiter... weg. Versuchen wir das Ganze nochmal. Wieso ist er nicht hier? Der sollte hier sein. Hm. Okay. Versuchen wir einfach nochmal. Aber ich hätte gerne ein bisschen Leben vorher. Ja. Haben wir irgendwo eine Maske? Eine Gasmaske oder sowas? Nein, ne? Schade. So. Versuchen wir nochmal. Tju. Zerstören wir mal alle. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Vielleicht. Ja. Boom. Nächster. Komm, den kriegen wir auch noch hin. Wow, das war knapp.